Oh, das ist aber ein bisschen f*** Ja, Freunde, was geht ab? Willkommen zu diesem neuen Video Freunde, ich freue mich wieder, dass ihr alle eingeschaltet habt Die Anbord muss jetzt ein bisschen schneller gehen, weil sie gerade einkaufen ist Für mich eigentlich voll lieb, aber da dachte ich mir so Ich nutze mal die Chance und prank sie wieder Auf jeden Fall werde ich mir jetzt eine Menge Wasser schnappen Und den simpelsten Prank überhaupt drehen Das Ding ist kurz zur Info, sie hat sich, bevor sie einkaufen gegangen ist, geschminkt für den Tag halt Und ich glaube, sie wird es extrem abfacken, wenn sie dann hier die Treppen hochkommt Und sie einfach ungeschminkt ist, Freunde, seid mal gespannt Ich muss jetzt hier einen Platz finden für die Legia Da oben sitzt er, der Joker Und ich weiß nicht wo, wir überlegen unter das Auto, aber ja, wir haben ein bisschen Schiss, dass das Auto losfährt Hier, ich hab was Ach, das, ey, wenn die hier reingeht Also hier schütte ich ja Das wird die nicht sehen Ich hab nur Angst, ey Ich bin das aber nicht gut Wir wissen nicht, wie lange die tatsächlich unterwegs ist So viel Wasser hatte ich bei einem Prank noch nie Das Ding ist, mit Jokern kann man wirklich Pranks durchziehen Ich hab ihm so gesagt, so in 10 Minuten Aus diesen 10 Minuten wurde dann halt eine halbe Stunde Weil man verlässt sie so die Tür Und er macht direkt Tür auf Ich bin bereit, ich bin bereit Aber das ist sie, ne? Ja, ja, das ist sie Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit Ja, ja, das wird es her Und jetzt wird sie plötzlich Ich hab's doch mit meinem Handy in der Hand. Ihr seid mal mein ganz Arsch. Ihr seid Scheiße. Ich wusste es. Ich tropfe. Ich bin komplett nass. Achso, hab ich dich getroffen? Ja natürlich. Mein ganzes Rücken ist nass. Ich hab doch getroffen. Es war wieder wirklich schwierig. Ich weiß nicht, was mit dir los ist. Aber ich musste hundertmal fragen. Kannst du mir jetzt endlich mal ein Eis holen? Hast du mir wirklich ein Eis mitgebracht? Guck mal, ihr Rücken. Also wirklich alles nass. Alles. Hat mal wieder super funktioniert. Weil ihr wisst. Ich sag's beim Joker, der die beste Mitarbeit gelassen hat. Irgendwann kriegst du das so zurückklappen. Das Simpelste, das hätt sie schon zehnmal machen können. Das hätt sie wirklich schon zehnmal machen können. Und vielen Dank vor allen Dingen an Joker, der Katharina der Kamera ist. Aber ihr habt ja gesehen, dass... Oh, sag mal. Breude! Nachdem ihr jetzt extrem kalt ist, haben wir uns jetzt wieder zusammengefunden für die Endcup. Wenn ihr wollt, dass ich sie weiterhin pranken, dann gebt mir einen Daumen nach oben und schreibt sie vor allen Dingen in die Kommentare. Nur so weiß ich, ob ich mir weiterhin diese krasse Mühe machen soll oder nicht. Hast du noch was zu sagen? Nein? Doch. Also tschüss. Ich werde dich zurück pranken. Einen größeren Lügner, wie sie, habe ich zu diesem Zeitpunkt noch nie gesehen. Jedes Mal sagt sie, ey... Das ist doch kein Lügner. Ja klar, du lügst, weil das ist... Das war eine Falle gewesen! Freunde, es war eine Falle gewesen! Ja gut, ist ja egal. Selbst wenn es eine Falle war, das war eine gut gelungene Falle. Ach, auch bei dir ist es auch immer. Das ist überhaupt kein Problem. Weißt du, genau das macht ja die Kamera nämlich aus. Bei mir sagt, es war eine Falle mit dem Pürenn gewesen. Und bei dir jetzt, ja dann war es halt eine Falle. Ah, wieder eine Falle. Das war ein Prank jetzt. Ah, das war ein Prank. Das war ein Prank. Das hat sich immer mehr. Das war eine Falle! Aua!